Sturmtief Thomas ist weg. Jetzt tritt morgen erstmal Beruhigung ein. Mit Regen und hohen Temperaturschwankungen müssen wir aber ab Sonntag und nächste Woche wieder rechnen. Nach Auflösung von Nebelfeldern ist es härter bis wolkig. Am Morgen ist es mit 0 Grad noch recht kalt. Im Tagesverlauf steigen die Werte aber bis auf 9 Grad. Die Nacht auf Sonntag ist bedeckt bei 2 Grad. Die weiteren Aussichten. Das Wetter bleibt sehr unbeständig. Am Sonntag teilweise sehr sonnig, es fällt aber auch Regen. Am Montag zunächst trocken und mehr Wolken als Sonne. Am Abend und in der Nacht fällt Regen. Auch am Dienstag regnet es vor allem am Nachmittag. Dann geht es auch wieder abwärts mit den Temperaturen.